Tag 2 vom World Games Update und damit herzlich willkommen aus Birmingham. Heute geht es los. Der erste Fußball-Wettkampftag steht uns bevor. Die Männer und die Frauen sind jeweils gefordert. Aber vorher wollen wir erstmal auf das zurückblicken, was passiert ist. Geben dann auch noch einen kurzen Ausblick und ich darf recht herzlich begrüßen. Einmal unseren Experten Lukas Schubert und Ole Schachzig. Hallo Ole. Moin, moin, hallo. Ja, wir wollen nochmal so ein bisschen das Revue passieren lassen, was bisher passiert ist seit der Ankunft fürs Männerteam. Und dann eben auch schauen, was uns sportlich erwartet die kommenden Tage hier in Birmingham. Und schauen dann mal, was ihr vielleicht auch so erlebt habt. Vielleicht die erste Frage einmal an Luki. Wir haben gleich nach der ersten Sendung schon die ersten Nachrichten bekommen, in was für einer Bude wir hier eigentlich sitzen. Wir haben uns jetzt neu ausgestattet, ne? Ja, wir haben es mal versucht, ein bisschen wohnlicher zu machen. Ja, Team D, also Team Deutschland, der DOSB hat uns auch ein bisschen ausgestattet. Wir dachten, wir müssen es jetzt mal ein bisschen Fan näher machen. Und genau, deswegen haben wir uns mal ein bisschen eingerichtet. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Upgrades in den nächsten Tagen. Ja, mal gucken, was noch vielleicht dazu kommt. Genau, also wer noch was schicken möchte hier in die USA, ist herzlich eingeladen. Vielleicht kommt es pünktlich an. Ja, dann vielleicht an dich, Ole, mal die Frage. Es ist ja jetzt nicht mehr lang, dann geht es los. Wir haben ein bisschen Zeit hier schon verbracht. Ja, wie groß ist die Vorfreude, dass dann endlich der erste Ball gespielt wird? Ja, auf jeden Fall riesengroß. Wir haben jetzt ja auch alle bei uns im Kader schon sehr lange die Gewissheit, dass wir hier mitmachen dürfen. Es wurde ja sehr früh nominiert. Und da so lange darauf hinzuarbeiten, dann den anstrengenden Anreisetag auch gut zu überstehen und jetzt hier die ersten Tage einfach alles mitzunehmen, insbesondere die Eröffnungsfeier. Ja, super. Das hat die Vorfreude auch jetzt nochmal gerade in den letzten Tagen enorm gesteigert. Und wir sind froh, dass es dann auch jetzt losgeht. Ja, wir haben gestern mit Susi schon über das Gelände gesprochen. Luki, wir rennen immer hin und her zum Essen, zurück ins Hotel, dann zum Training. Ja, was sind so deine Eindrücke hier? Wie ist diese Atmosphäre? Atmosphäre ist echt klasse. Also diese College-Anlage ist auf jeden Fall super. Im Vergleich auch zu den zwei World Games, die ich als Spieler mitgemacht habe, ist es wirklich kurze Wege für uns. Also Richtung Trainingsplatz, Stadion, auch zum Essen. Da haben wir es auch schon regelmäßig gehabt, dass wir teilweise mit Reisebussen jedes Mal mit dem Shuttle fahren mussten. Und da ist es natürlich hier wirklich in Anführungsstrichen sehr dankbar. Und ja, außer dass die Begebenheiten natürlich so sind, dass man jedes Mal gegen eine Wand rennt, wenn man aus den klimatisierten Räumen kommt und draußen hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit hat. Aber ja, genau, das wussten wir, dass das passiert. Und ansonsten sind die Räumlichkeiten und die Nähe hier zu den Sportstätten und so einfach super. Ja, ganz am Ende haben wir eben auch schon mal die Faustballanlage gesehen, Ole. Schon einen Blick drauf geworfen. Es wird ja nicht nur auf Feld 1 auf dem Center Court, sondern auch auf Feld 2 gespielt, wo auch die Trainingsplätze sind. Ja, was macht das für einen Eindruck auf dich? Sieht alles super aus. Also Patrick war ja schon im Frühjahr einmal hier. Da war ja das Grün des Rasens noch nicht unbedingt grün, sagen wir es mal so. Und deswegen sind wir alle happy. Also es macht Spaß. Der Platz ist wirklich gut. Das wird ein vernünftiges Spiel geben, vernünftige Spiele. Und wir freuen uns auch auf jeden Fall darauf, ja. Ja, dann kommen wir nämlich gleich zu dem. Wir haben ja ein paar Rubriken, unter anderem auch im Fokus. Und da legen wir jetzt ein bisschen nochmal den Blick auf das Abschlusstraining, was ihr ja gemacht habt. Auf den Trainingsplätzen. Ja, wie ist so der Eindruck? Sind alle gut drauf? Auf was dürfen wir uns freuen? Also grundsätzlich sind alle fit und auch gut drauf. Wir haben aber auch gemerkt, dass jetzt nach den ersten Tagen, die wir hier sind, insbesondere mit den klimatischen Gegebenheiten, es schon auch noch anders aussieht, als es bei unserem letzten Lehrgang der Fall war. Sagen wir es mal so. Also da geht immer mal ein Ball über den Arm. Die Trikots sind extrem nass, extrem durchgeschwitzt, auch schon nach vier, fünf Minuten. Das ist echt Wahnsinn. Aber ja, es sind alle fit. Wir haben auf jeden Fall super Bock jetzt drauf, dass es dann auch wirklich losgeht und nicht nur im Training. Und im Spiel ist es dann natürlich auch nochmal ein Stück weit was anderes. Man ist mit dem Kopf doch noch viel, viel wacher. Und genau deswegen bin ich da auf jeden Fall ganz guter Dinger. Ja, man könnte sozusagen alle fünf Minuten mal eben das Shirt wechseln. Selbst ich, der nur mal kurz daneben gestanden hat und hier ein paar Aufnahmen gemacht hat. Ja, alle fit, du hast schon gesagt. Also wir freuen uns auf jeden Fall, dass es dann endlich losgeht mit dem Auftaktspiel gegen Chile. Bevor wir darüber sprechen, wollen wir mal gucken, was denn sonst noch so passiert ist. Nicht nur sportlich. Die Rubrik, die kennen sonst auch schon alle. Und zwar und sonst so. Da ist Luki wieder aufmerksam gewesen. Was hast du uns heute mitgebracht? Genau. Also jetzt sind für den Moment jetzt keine großen Kuriositäten irgendwie dazugekommen. Ansonsten wollte ich nur mal ein bisschen berichten, dass wir hier ja nicht nur als Faustball-Nationalmannschaft oder als Faustball-Nationalmannschaften auftreten, sondern wirklich als Team D, also Team Deutschland vom DOSB. Und ja, wir haben ein Büro in der Innenstadt von Team D, wo wir immer Informationen bekommen. Wir haben von Team D wurden wir auch mit einem Handy ausgestattet, mit einem US-amerikanischen Vertrag. Und ja, das ist super toll, dass man sich so aufgehoben in so einem Team von Profis, die schon olympische Spiele betreut haben, aufgehoben fühlt. Und ja, klar, gerade dieser Punkt hier mit Ausrüstung, das ist eine super coole Sache, dass die Spieler und wir Betreuer regelmäßig unsere Klamotten wiedererkennen bei anderen, ob es beim Essen ist, ob es bei anderen Sportstätten ist. Und das gibt so ein richtiges Teamgefühl und das ist echt eine starke Sache. Ja, muss ich gestehen, ist mir beim Frühstück heute auch passiert, dann dachte ich, es ist ein Faustballer, war gar keiner, weil dann eben alle aussehen. Farbentechnisch ist auch alles dabei, also da kann man aus dem Vollen schöpfen. Ja, wir sind heute ganz mutig mit einem Flieder-Tanktop aufgetreten, also der eine selbstbewusster, der andere weniger, aber ja, nein, da ist ganz viel mit dabei. Wir haben jetzt auch gesagt, wir müssen immer mal abwechslungsreich uns kleiden und wenn wir jetzt dann unterwegs sind, außerhalb bei anderen Sportstätten, wie auch immer, dann versuchen wir natürlich, das dann wenigstens einheitlich zu machen. Ja, und vielleicht kommst du ja irgendein Tag auch im Flieder-Tanktop, also die Temperaturen werden ja vielleicht noch ein bisschen heißer, dann gucken wir mal. So, und dann Punkt Nummer zwei hast du auch noch. Genau, das ist das Sportarten-Hopping, das haben wir gestern nach der Vormittagseinheit, hatten wir schon die Möglichkeit, andere Sportstätten zu besuchen. Hier gibt es Shuttle-Service, wir haben gestern Flossenschwimmen uns angeguckt, auch einige deutsche Entscheidungen gesehen und waren dann beim Rollhockey, haben wir uns angeguckt. Später war noch eine kleinere Gruppe hier direkt vor Ort in unserem Standort beim Karate. Also das macht super Spaß, wir kommen mit unserer Akkreditierung überall relativ unkompliziert rein, brauchen nirgendwo anstehen und das macht halt super Spaß, auch andere deutsche Athleten anzufeuern, die freuen sich auch immer riesig. Ich weiß auch selber als Spieler, dass es toll ist, wenn man Anfeuerungsrufe von anderen hört, die auch in unserer Klamotte rumlaufen, also das ist eine Riesensache und das macht richtig Spaß, als gemeinschaftliches Team D aufzutreten. Ja, ganz genau und gerade auch im deutschen Team dann eben, ja, im Faustball-Team gemeinsam aufzutreten, das gilt jetzt nicht, denn wir werden jetzt spielen, gegeneinander. Luki hat gesagt, er möchte heute alles wieder rausreißen, das mal probieren. Gestern war ich Gentleman, aber heute, da gebe ich alles. Wir gucken mal, Ole, ich habe gleich nochmal die Regeln, wir starten jetzt das Duell. Ganz genau und da haben wir im Vorfeld auch bei den Männern, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, ein paar Fragen verschickt. Eure Aufgabe ist es heute wieder, die meistgenannte Antwort eures Teams zu erraten. Beide Kandidaten geben ihren Tipp ab, das haben wir gestern falsch gemacht, habe ich gehört. Also beide dürfen Tipp abgeben, dann werden die Punkte verteilt und dann gibt es vielleicht noch eine zweite Runde und in der letzten suchen wir wieder die Top-3-Antworten. Da kriegt dann jeder die Chance, noch mehrere Punkte abzuräumen. Wir starten mit Frage 1, der Gast darf starten, Ole. Wir haben 15 Mitglieder des Männern-Nationalteams gefragt. Was ist dein Lieblingsessen? Ich würde zumindest jetzt anhand der Teller aus den letzten Tagen ganz stark auf Süßkartoffelpommes tippen. In der Tat, die sind hoch im Kurs, ja. Ja, ich habe nur auf meinen Teller geguckt und deswegen sage ich jetzt einfach mal Pizza. Weder das eine noch das andere. Ich kann euch einen Tipp geben, wir machen eine zweite Runde davon. Das Gericht gibt es in sehr vielen verschiedenen Varianten. Dann sage ich Nudeln. Das wäre jetzt auch meine Variante gewesen, aber da ihr ja Hochleistungssportler sagt, sage ich jetzt einfach mal Salat. Ja, Luki, ich bin überrascht. Schließt du jetzt von dir auf andere? Nein, es sind die Nudeln. Also der Punkt geht an Ole auf jeden Fall. Erste Runde haben wir durch. Zweite kommt direkt hinterher. Wir haben wieder das Männern-Nationalteam gefragt. Wenn es keinen Faustball gäbe, was wäre dann eure Sportart? Jetzt darf Luki beginnen. Da würde ich jetzt ganz, darf ich jetzt auch dann mehrfach antworten? Du darfst nur eine sagen, wir suchen nur die Top-Antwort. Die Top-Antwort, die ist dann Volleyball. Ole schüttelt schon den Kopf, dann sag mal. Ich weiß noch, was ich gesagt habe, dann ist das schon mindestens ein Punkt safe. Und ich weiß, dass der eine oder andere das auch spielt oder gerne spielt im Tennis. Ja, dann führt Ole hier 2 zu 0. Ich sag mal so, das Eis wird jetzt relativ dünn. Frage 3. Ole muss wieder zu Beginn. Männern-Nationalteam wurde gefragt. Was war dein Hassfach in der Schule? Also jetzt nicht deins, sondern... Mathematik. Darf ich jetzt auch die gleiche Antwort geben? Also da wäre ich dann auch bei Mathematik. Mathematik. Es war ein enges Rennen wohl zwischen Latein und Mathe, aber Mathematik hat gewonnen. Also 3 zu 1 und jetzt die letzte Runde. Da geht es jetzt um die Top-3-Antworten. Okay. Ole fängt es an? Ne, wer hat eben angefangen? Luki muss anfangen. So ist es richtig. Kommen wir noch in den Tüdel. Die Lieblings-Eis-Sorte suchen wir. Die Top-3-Antworten. Da wäre ich... Also die Jungs... Also ich würde mal sagen, so ein Klassiker wie Erdbeere. Ist mit dabei? Nö. Zwei hast du noch. Ach, ich darf noch weiter? Ja, mach. Dann ist es Schokolade. Das ist auch falsch. Was essen die denn für ein Eis? Das kann doch nicht wahr sein. Dann nehme ich... Ja, jetzt muss ich den dritten Klassiker auch versuchen. Vanille. Ole, mach du mal. Du kennst dich besser. Ihr wart schon häufiger Eis. Aber ich habe jetzt ja schon gewonnen. Das ist richtig, ne? Ich habe jetzt zu experimentieren. Ich war auch überrascht. Also, ja, aber sag mal. Zertella? Das ist Nummer 1, korrekt? Joghurt? Ne, das ist falsch. Und... Richtig ist aber... Ähm... Macadamia. Nuss ist nicht so schlecht. Haselnuss auf Platz 2 und Zitrone auf 3. Ja, also dann müsst ihr vielleicht auch noch mal ein Eis zusammen essen gehen, damit das rauskommt. Gut, ja, dann... Luki, wartest du weiter auf den ersten Sieg. Aber das ging mir damals... Okay, wir gucken mal. Gut, dann kommen wir zurück zum Sportlichen und zwar auf die Vorschau. Und auf das, was uns morgen, heute hier erwartet, in Birmingham am Sonntag. Auftakt mit, ja, den folgenden Spielen. Wir gucken mal als erstes auf den der Männer. Da geht es los mit dem Spiel Deutschland gegen Chile, Österreich, Italien, Schweiz gegen Argentinien und Brasilien und USA. Ja, Luki, vielleicht, was ist das interessanteste Duell? Worauf freust du dich? Also außer dem deutschen Spiel vielleicht? Ja, genau. Also das wäre natürlich für uns jetzt erstmal... Jetzt gehen die Scheuklappen auf und jetzt konzentrieren wir uns natürlich irgendwie auf die eigenen Leistungen. Aber sicherlich Österreich, Italien, das ist immer interessant, gerade Mannschaften dann auch wie Argentinien oder Brasilien dann zu sehen, die man nicht so häufig zu sehen bekommt. Also ich glaube, da ist bei jedem Spiel wirklich einiges geboten und einiges Interessantes rauszufinden. Deswegen geht es morgen gleich schon total interessant los. Ja, Ole, dann mal die Frage. In Chile spielt man jetzt auch nicht ständig. Das ist wahrscheinlich mal ganz schön, gegen ein südamerikanisches Team anzutreten. Worauf wird es ankommen, um gleich wichtig da zu sein wahrscheinlich? Absolut. Also wir kennen die Chilenen natürlich viel weniger gut als gerade die europäischen Nationen. Wir haben wahrscheinlich den Vorteil, dass der Hauptangreifer Alvaro Mödinger vor einigen Jahren auch mal in Deutschland in der Bundesliga Nord mitgespielt hat. Also ich habe tatsächlich vor einigen Jahren mal gegen ihn gespielt. Ja, und dann kommt es genau, wie du gesagt hast, darauf an, dass wir von Anfang an unser Spiel spielen. Und wenn das klappt, dann haben wir auf jeden Fall eine gute Chance, dann auch mit einem Erfolg in das Turnier zu starten. Wir wissen aber auch, sowohl bei dem Wetter als auch mit vielen Neuen einfach jetzt in dem Kader, das erste Mal Worldgames. Ja, wenn wir da nicht eben konzentriert sind, kann es auch mal vielleicht in die andere Richtung laufen. Also da ist schon unser Fokus ganz klar drauf, unser Spiel konzentriert durchzuziehen. Ja, da wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg bei, dass es einen guten Start gibt. Dann kommen wir jetzt zu den Frauen und zu unserem Experten. Wir schauen mal schnell auf das, was bei den Frauen ansteht. Und da haben die Deutschen Glück. Im Gegensatz zu Neuseeland und den USA müssen sie nur einmal ran. Und zwar gleich um 11.15 Uhr amerikanischer Zeit geht es los. Ja, Neuseeland absoluter Underdog wahrscheinlich gegen das deutsche Team. Wie gilt es für die Mannschaft, das anzugehen? Ja, also ich glaube auch, dass Neuseeland schon ein ganz klarer Underdog ist. Aber für die Mädels gilt es halt wirklich, in das Turnier reinzukommen, Spannung aufzubauen, sich mit den Bedingungen auch unter Wettkampfbedingungen zurechtzufinden. Also ich glaube, jedes Spiel ist hier wirklich spannend. Also hoffentlich wird es für die Mädels nicht spannend, was das Ergebnis angeht. Und das denke ich auch nicht. Die sind wirklich gut drauf, wenn man sie beim Training auch beobachtet. Aber es ist wirklich jedes Spiel hier wichtig, einfach sich reinzuarbeiten in das Turnier. Es sind kurze Spiele. Es ist, wie gesagt, nur ein Spiel pro Tag. Und da muss man einfach auch selber eine Sicherheit so gewinnen, dass man von Anfang an da wirklich gar keinen Zweifel aufkommen lässt, dass man jedes Spiel gewinnen kann und gewinnen will. Und da gilt es auch für die Mädels, morgen gleich einen super souveränen Auftritt gegen Neuseeland abzuliefern. Und ja, ich bin überzeugt, das kriegen die Mädels super hin. Es ist auf jeden Fall ein Doppelpack, denn die Frauen als erstes und direkt im nächsten Durchgang dann die Männer. Also geballte Ladung, Fossball-Sport dann am Abend, am frühen Abend für die Fans in Deutschland. Ja, das war's. Ich sage vielen Dank, dass ihr wieder da wart. Ole, wie gesagt, viel Erfolg, sowohl für morgen als auch dann für das gesamte Turnier. Wir drücken hier vor Ort und zu Hause in Deutschland auf jeden Fall die Daumen. Ja, und morgen um 7 Uhr gibt es dann die nächste Folge. Dann gucken wir mal, wie es ausgegangen ist, was wir hier gerade in der Vorschau alles besprochen haben und werden noch weitere Hintergründe liefern, ein paar Storys. Also, es wird mit Sicherheit spannend. Einen schönen Sonntag an alle und bis morgen. Also, es wird mit Sicherheit in der Vorschau alles besprochen haben. Einen schönen Sonntag an alle und bis morgen.